. . . . . . . . . Hallo, ich bin der Ekrem. Ich bin Torger. Die haben uns nicht gesagt, dass wir eine Catch-Race vorbereiten sollen. Das hätten wir doch mal sagen können. Wir sind Hunde-Influencer seit neunzig. Hallo, wir sind Dennis und Benni. Volta, 32 Jahre jung. Unseren Traum von der veganen Ochsenbraterei können wir uns in Deutschland nicht erfüllen. Deswegen heißt es für uns jetzt ... Goodbye, Deutschland! Und grüß dich, Schwitz! Guten Abend, herzlich willkommen zu ... Erkennst du den Song? Heute mit zwei absoluten Promigästen. Zu meiner Rechten, EcoFresh und Freshtragel. Ja! Zwei absolute Stammgäste sind wieder im Building. Total super, klassisch hier. Thresh Dachse. Dass ihr wieder vorbeigeschaut habt. Erst mal gibt's einen ordentlichen Handschlag von mir. Den kennt ihr immer. Der ist frei Haus. Geil. Das kommt. Geil, Bro. Komm, alles klar? Bro, yo. Die Regeln ... Es passiert immer, wenn so was passiert, weißt du? Die Regeln sind einfach wie genial. Wir bekommen Songs vorgespielt. Wenn wir wissen, wer den Song gesungen hat, Inclusive Feature und wie der Song heißt, dann wird gebuzzert, wenn die Antwort stimmt. Dann ergibt's einen Punkt, wenn was fehlt oder der Song falsch ist. Jetzt ist man für die Runde gesperrt. Und darf es in der nächsten Runde wieder mitmachen. Wer zuerst sieben Punkte erreicht hat. Darf die Gold oder Ananas anfassen, aber nicht mit ... Nach Hause lebe! Werft euch gern in den Kommentaren. Es gibt nachher noch tolle Gastgeschenke. Wissen die beiden noch gar nicht. Also gerne reinschreiben, weshalb ihr hier stehen wollt und was euer Lieblingslied ist. Wann ist nicht mal fünf Punkte? Das ist in der Tag-Team immer sieben Punkte, weil sonst einfach zu schnell vorbeigeht, ganz klar. Leute wollen immer mehr, 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 mehr! Da kommt doch mehr! Kommentar des Tages stammt aus einer Folge mit Torge aus dem Jahr 2022. Ähm, 11ico89 hat geschrieben. Auch ich immer gerne. Wir brauchen eine Revanche. Toprunde. Jetzt hast du sie endlich. Torge war, glaub ich ... Ja, ja. Torge, du warst, glaub ich, schon siebenmal hier. Torge! Tatsächlich. Und vielleicht willst du heute endlich was. Ja. Los geht's! Nein, noch Kacke! Ähm, Pink mit ... Keine Ahnung, ich hab's nicht gehört. Stay! Äh, Pink, äh, Try. Ja! Ja! Spiel das jetzt weiter. Ich hab vergessen, dass du ein großer Pink-Fan bist. Ja. Das tut mir leid. Ähm, Echo, bist du auch Fan von Pink? Ja, absolut. Absolut, absolut. Du, ich mochte das Album, als sie noch R'n'B gesungen hat. Die anderen kenn ich nicht. Ich kenn nur die Singles ab und zu. Deswegen bin ich froh, dass ich ein Toy dabei hab. Yeah! Torge! Torge! Wer hat den Hund von der Leine gelassen? Ja! 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 Ich hab den Leinen. Ihr habt einen Film zu promoten. Oh ja. Der heißt Doggy Style. Und der Phrase da unten gefällt mir am besten. Dieser Sommer kommt von hinten. Seit dem 31. August ist dieser Film auf den Leinwänden zu sehen. Erzählt mal ein bisschen. Was habt ihr da gemacht? Wir durften tatsächlich die Hauptrollen synchronisieren. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Oder, Echo? Ja. Ein Naturfilm. Ein Tierfilm. Ein Naturfilm. Ab 16. Oh! Nichts für Kinder. Und jetzt sehen wir mal einen kleinen Trailer. Hey da! Hast du schon mal irgendwas gerammelt? Mit der Couch hatt ich neulich ein Rammeldate. Der beste Sex meines Lebens. Die Gute ist richtig versaut. Das ist nicht zu übersehen. Für meinen Begriff ist sie eher eingesaut. Wir sehen uns später, Baby. War schön, dich kennenzulernen. Ja! Ja! Hammer! Danke, Kinox.de für diesen tollen Trailer. Seid ihr Kinotypen? Geht ihr gerne ins Kino? Ich ja. Ich auch. Sehr gerne. Die Originalstimmen haben Will Ferrell und Jamie Foxx gesprochen. Wollt ich dir mal klären, mit wem ihr hier steht. Dennis und ich haben einen großen Traum. In so einem B-Pixar-Movie möchten wir mal zwei kleine Ratten oder zwei kleine Schweinchen sprechen. Oder so Gewürzgurken oder so. Mach's bitte möglich. Genau. Mach mal so ne kleine Probe. Willst du zum Beispiel? Ich schreib Gurken, die im Glas sind. Ey, Mann, Alter! Das ist ja ganz schön ... Blöd hier! Guck, 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 guck. Hier ist Tina Turner. Hier ist Tina Turner. Tina Turner, the best. Ja! Yes! Oh Gott! Ich hab einfach gesagt noch nicht. Das ist natürlich selten, doofer in uns beiden. Rest in Peace, liebe Tina. Ja, vor kurzem verstorben, aber im Herzen lebt sie weiter. Oben tanzt sie jetzt mit Arno Dübel. Tina! Will Smith getting jiggy with it. Ja! Geil! Ich hätte es niemals gewusst! Ich hätte es niemals gewusst! Das macht Spaß mit dir, Echo. Wie habt ihr beide euch kennengelernt? Ging das über diesen Promoweg, dass ihr beide angefragt worden seid? Oder habt ihr euch privat schon mal kennengelernt? Also, wir haben heute mal erörtert, ob wir uns mal irgendwo über den Weg gelaufen sind. Wahrscheinlich auf irgendeiner Gamescom oder so was, als das noch alles modern war. Aber richtig kennengelernt haben wir uns durch den Film jetzt. Und? Versteht ihr euch gut? Ja, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Also, bis hierhin sind wir gekommen. So, eine leichte Rauferei, so, ey ... Mein Gott, hier steh ich! Nee, wir haben ... Okay, alles klar. No punk, I can't get down. I don't give a damn about dues around. That's worth just fine. Till now. So ... Anastasia paid my dues. Ja! Oh mein Gott! Wie tut das denn? Wie tut das denn? Ja, Leute da draußen, ihr fragt euch wahrscheinlich das gleiche wie ich, Wannkörpermusik, die nach dem Jahr 98 erschienen ist. Ja. Das ist natürlich auch etwas, was sich uns alle fragen, oder, Binn? Mit der Kamera ein bisschen entstauben und dann geht's noch ein bisschen Tilo. An 16-jährigen einstellen. Schön, wenn man so gewinnt. Ist einfach ein schönes Gefühl zu gewinnen, oder? Einfach so auf der Gewinnerseite zu stehen. Musik kennt kein Alter. Ja. Ossi Osborn! Mama! I'm coming home. Ja! Ja! Und das ist das noch! Geil! Das ist so ein Dreamer oder sowas. Ah! Ja, das hab ich erkannt. Ja, das ist einfach. Ja, das hab ich auch. Ich hab schon mal gesehen, ich hab nicht dasselbeig. Nein! Mach mal! Take that, never forget. Ja. Ja! Takabunga! Ja! Yeah! Alles klar? Habt ihr mitbekommen, wir hier neben euch stehen? Alter Verwalter waren die Augen. Alter Verwalter? Du bist ein super ... Alter Verwalter. Nein, du bist zu langsam! Blümchen, Bumerang, Blümchen, Bumerang! Happy Crack Road, das ist meins. Du hast die Blümchen nicht kennengelernt? Ja. In welchem Rahmen noch mal? Kartoffelsalat 3. Stimmt. Leider schon verdrängt. Eko, du auch schon mal kennengelernt, Blümchen? Ja, des Öfteren. Man kennt sich auf Probi-Partys. Ja, natürlich. Die ist ja auch kürzlich auf Malle gewesen, da hab ich die auch öfter gesehen. Wo ich euch vermisst habe, wir haben uns letztes Mal drüber unterhalten. Habt ihr euch nicht getraut, oder wie war das? Wir haben klikertechnisch beim Tier nicht und doof zurückgehalten. Nächstes Jahr gibt's einen Song mit Finch. Wir waren ja wieder privat auf Mallorca, das war auch ganz toll und sehr kräftezehrend. Aber nächstes Jahr gehen wir da hin, um auch mal Kohle zu machen und nicht nur Kohle auszugeben. Ich stehe in der ersten Reihe. Ich nicht. Ich bin der Einzige. 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 Ha, 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 ha. Das ist ganz klar, ähm, The Game. Ähm, Hated or Love It mit 50 Cent. Boah! Ha, 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 ha! So! So wird's nämlich. Jetzt wird doch was spannend. Wie geht's mit dem Stand? Oh, 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 oh! Da krieg ich halt so ne Krawatte. Ja, dann muss ich wieder. Hätte ich natürlich erwartet, dass du da direkt los bist. Ja, ich hab losgelegt, aber ihr wart ein bisschen schneller. Dann seh ich die Wolken, die ... Ein bisschen Frieden von Nicole. Ein bisschen Frieden, ein bisschen träumen. Und dass die Menschen nicht so weinen. Habst du hier lieber Frieden oder lieber Krieg? Krieg! Feel the world, make it a better place. For you and for me. The world is a new race. Better people are here. There's a caramount for me. Oh, oh, amen! Make it a better place. For you and for me. Ja. Applaus So. Dazu, du hast Olaf Scholz getroffen, hab ich nämlich gesehen. Ja. Und wie war das? Wie ist der Mann? Der war eigentlich ganz okay. Das war ein Kulturamt im Kanzleramt. Und da waren mehrere Kulturschaffende eingeladen. Der hat sich tatsächlich wirklich für jeden Zeit genommen, kurz mit denen geredet. Äh, ja. Ist der groß? Nee, der ist ziemlich klein. Der ist, glaub ich, echt klein. Der ist relativ klein. Ich kann dir als Anekdote sagen, mein Sohn hatte mir gesagt, weil ich hab ihm gesagt, ich treff den Bundeskanzler, was soll ich ihm sagen? Er meinte, die Toiletten an seiner Schule seien da, okay? Und das war auch das Erste, was ich ihm gesagt hab. Und ja. Wie hat der reagiert? Ach, das war sauber. Nee, hat gelacht. Also ... Der lacht niedlich. Der fand, glaub ich, das war ein guter Ansatz. Ja. Oh, du hast mir wehgetan! Aua! Nicole Kidman, Robbie Williams, mit ... Ähm ... I love you. Something stupid! Ja! 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 Du beleid, du beleid! Ich merk's, wie aufbäumen. Immer gegen die Klasse quitz. Ich merk's, ich merk's, ich merk's. Building me a heart. Aber ... The winner takes it all! Ja! Eko, Eko! Wir haben geben Eko und Fred Storge die Gold in Ananas-Ries-Aplaus. Au, au, au! Au, 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 au! Team Doggy-Style! Team Doggy-Style, Dr. Stegger-Heimz, Junge. Super, habt ihr super gemacht, muss ich sagen, tolle Teamleistung. Ähm, Dennis? Ich bin geschockt. Ja, liebe Freunde, Film, könnt ihr euch gern reinziehen, ich darf keine Werbung machen, aber es lohnt sich, verdammt noch mal. Das sagt jetzt die Privatperson. Der Moderator sagt, es gibt viele andere tolle Filme. Zum Beispiel ... Hexen Hexen 2. Das Schwein wurde übrigens nach dem Dreh verzerrt ... Das ist nur der Urban Legend. Nee, ist Fakt. Nein, nein, nein. Schau mal, willst du nicht wahrhaben, ist aber Fakt. So, bei einem Nein-Gag mal eingehen. Wir kommen zur tollen Endcard, oben! Benni wurde wieder begleitet von der Reportage, und zwar ... Horror-Zähneknirschen, seit zehn Jahren Kieferschmerzen und Schlafprobleme von Reporter. Und da unten gibt's dann die letzte Folge Erkennst du den Song. Tschüss, liebe Freunde, macht euch auch einen schönen Tag. Wunderbar! ARD Text im Auftrag von funk